Wir befinden uns jetzt hier gerade im Pressekonferenzraum von Holstein Kiel. Es wurde eingeladen von Holstein Kiel. Wir dürfen heute mal besser in die Kulissen gucken. Schaffst du es, mit innerhalb von 15 Sekunden das Absatz zu erklären? Nein, gar nicht. Das ist so schwierig. Ich hab heute mal gute Videos, ne? Ja! Ich hab jetzt die Ehre, in die Schiri-Kabine herzugehen, nach dem Spiel Holstein Kiel gegen Amina Bielefeld. Erstmal super gefüffelt. Also war sehr, sehr geil. Und ich bedanke mich jetzt mal insgesamt, dass wir heute den ganzen Tag miterleben durften. Und für alle, dass wir die Ehre hatten, nochmal in die Kabine reinzukommen.